Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Morcha. Wie ihr ihn bekommt in beiden Formen so gesehen, also alle Fundorte und alle Möglichkeiten plus wir ihn auch entwickeln können, weil auch da gibt es ja Möglichkeiten. Und ja, Morcha erstmal zu finden ist gar nicht so schwer, Leute. Also ihr müsst an Orte gehen, wo es diese Bambusstreben gibt, also diese hier. Wir haben auf der Karte zwei Orte, man sieht sie auch hier recht gut. Also wir haben sie hier, wo diese Punkte so ein bisschen sind und wir haben sie so hier drüben. Ja, also hier auch noch. Das heißt also hier, wir sind hier unterhalb von der Kitagami Kulturzentrum runter in diesem Stück hier und so einmal bis hier drüben. Da bekommt ihr auf jeden Fall eure Morchas und ihr müsst einfach nur so gesehen hier an diesen, ja wie sag ich hier, Bambusdingern so ein bisschen durchlaufen und dann seht ihr, dass hier zum Beispiel direkt schon mal ein Morcha rumläuft. Ja, also Spot-mäßig super, super einfach. Aber es gibt zwei verschiedene Morchas. Es gibt nicht nur eins, sondern zwei. Und das zeige ich euch eben nicht gleich, weil das ist ähnlich wie bei der Teetasse. Wir haben verschiedene Formen. Jetzt bleibt der echt nicht drinnen. WTF. Als ob der jetzt einfach bei dem Video jetzt einfach meint, der muss nicht drinnen bleiben? Ähm, okay. Ich färbe jetzt mal einen Ball, wenn ich mache, ich mache ganz kurz einen Cut, bis er drinnen geblieben ist. War klar, oder? Wenn man aufnimmt, dann bleibt er nicht drin. So, ich guck mal. Bleibst du drin? Ne, ich mache ganz kurz einen Cut und ich fange ihn ganz kurz. So, zweiter Anlauf. Direkt funktioniert. Jetzt sehen wir gleich, welche Morcha-Version ihr besitzt. Ja, so wir gucken. Jetzt konnte ich erstmal hier, okay, die Pokémon jetzt machen. Ich habe Level 1 der Panflamme dabei. Kacke. Ähm, so. Nein, ich will dem nichts beibringen. So, jetzt müssen wir hier sehen, dass da steht Morcha-Gefahrung. Und jetzt seht ihr, dass da Imitationsform steht. Das ist die eine Form und es gibt dann auch noch die andere Form. Die Imitationsform ist im Endeffekt nicht die bessere Form. Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt ja wie gesagt zwei Morchas. So, das ist ähnlich wie bei der Teetasse. Es heißt, ja, Panflamme nicht entwickeln. Ähm, ihr müsst im Endeffekt so oft welche fangen, wenn ihr die andere haben wollt, dass ihr im Endeffekt einfach, ja, bis ihr die andere gefangen habt. Das ist Glückssache. Äh, wo man sie aber auch noch herbekommen kann, sind aus Raids. In 5er und 6er Raids sind sie auf jeden Fall auch vertreten, die Morchas. Das heißt, auch da habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch ein, ja, eins von dieser besseren Sorte zu holen. Und da ist es ganz einfach auch mit Leuten zu teilen, weil ihr könnt ja sie speichern, bevor ihr den Raid macht. Fangt es und wenn es die edle Version ist, dann macht ihr wieder aus. Dann ist es zwar safe immer die edle Version, aber dann könnt ihr auch Kumpels einladen und ihr könnt die einfach dann hosten. Also das geht zum Beispiel auch. Aber ich sag, sonst, wenn ihr ihn fangen wollt, müsst ihr einfach in diese Streben laufen und müsst dann im Endeffekt einfach so viele fangen, bis ihr im Endeffekt diese andere Version habt, wenn ihr diese haben wollt. Die haben außer der Optik keinen Unterschied. Das heißt, wenn es euch nur um den Pokédex-Eintrag geht oder einfach nur, dass ihr Morcha spielen wollt, dann ist es vollkommen egal. Dann könnt ihr auch einfach das erstbeste Morcha fangen, was ihr findet und entwickelt das einfach. Weil, wie gesagt, spielerisch hat das keinen Unterschied, ob ihr jetzt die Special-Form habt oder ob ihr jetzt die normale Form habt. So, das Einzige, wo es einen Unterschied jetzt gibt, ist beim Entwickeln. Weil, um Morcha zu entwickeln, braucht ihr ja im Endeffekt diese, ich nenne das mal Tasse. Und ich zeige euch das ganz gut anhand dieses Morchas. Wir nehmen das jetzt mal mit rein. Ich packe das mal hier in mein Team. So, das war das, was wir eben gefangen haben. Und jetzt gibt es zwei Items, die man sich holen kann. Die sehen aus wie so Tassen, deswegen habe ich jetzt gerade Tasse gesagt, die ihr bekommen könnt. So, ich zeige es euch ganz kurz. Die sind hier auch in der Tasche, wo diese ganzen Proteine, Linsen und alles, was ihr halt möglich halt hier benutzt. Und da sind die mit drin. So, wo sind die jetzt? Sind die echt ganz oben? Ich hoffe, die wären ganz unten gewesen. So, es gibt nämlich edle Teeschale und simple Teeschale. Die simple Teeschale ist die für die Imitationsform, die wir eben gerade hatten. Und die edle Teeschale ist für die Meisterstück, also die perfekte oder die seltenste Variante. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Entwicklungsitems, die ihr benötigt. Das seht ihr, habt ihr die Imitationsform, dann könnt ihr halt die simple benutzen. Habt ihr die seltene, dann könnt ihr die edle Teeschale benutzen. Das ist ja schon mal Punkt eins, den ihr auf jeden Fall merken müsst. Also es hängt davon ab, welche Version ihr habt. Man kann zwar auch ingame nachschauen, ob das Puken von unten, wenn man das Prinzip rauslässt, ob es ja einen, wie heißt das, diesen Zeichluten hat, diesen Stempel unten hat, dann kann man es auch erkennen. Aber ich empfehle euch am besten, wenn ihr es fangt, stand da ja ganz am Anfang eben Imitationsform. Achtet am besten da drauf und dann könnt ihr es sehen. Wie gesagt, sonst wäre es nur möglich, dass man im Endeffekt mit der Kamera, so gesehen, von unten sich das Pokémon anguckt. Aber das ist ein bisschen nervig. Dann müsste man halt gucken, hat es da unten jetzt, ihr seht ihr jetzt keinen Stempel, das ist einfach nur grün. Wäre es die seltene Form, wäre da unten ein Stempel drauf. So kann man es auch erkennen mit der Kamera. Aber wenn ihr es fangt, ist es am einfachsten. So, jetzt wollt ihr aber noch wissen, wie bekommt man denn die Teeschalen? Also wie gesagt, fangen haben wir festgestellt, hier in dem Stück und einmal hier so rüber, überall wo diese Bambusdinger sind, unterhalb von der Kitagami Kulturzentrum. Die Teeschalen gibt es jetzt über zwei Möglichkeiten zu bekommen. Die erste ist über das Oni-Austreibungsspiel. Da könnt ihr beide, die edle, sowie auch die normale, als Belohnung bekommen. Ich würde euch empfehlen, am besten auf Schwer zu spielen, sucht dafür am besten auch eine Gruppe, lohnt sich allgemein. Ihr könnt doch einfach gerne bei uns in den Discord reinkommen, Link in der Beschreibung, da spielen wir das öfter auch zusammen. Da habt ihr auch die Möglichkeit, die ein bisschen einfacher zu bekommen. Also beide sind im Endeffekt über das Austreibungsspiel zu bekommen. Das andere ist, man kann beide in der offenen Welt so gesehen einmal finden. Und ich zeige euch ganz kurz erstmal beide Spots. Und dann mache ich ganz kurz einen kleinen Cut und dann sind wir gleich bei dem Spot für das jeweilige Item. So, das eine finden wir hier oben in der Gegend. Also ungefähr, wenn wir jetzt mal so gucken, hier unten ist jetzt der See, dann geht der Weg hier runter. Dann habt ihr den Weg hier rüber. Und ungefähr so hier in dem Gebiet, ja, ungefähr so überhalb dieses kleinen Sees, müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich habe meinen schon eingesammelt gehabt. Ich glaube, ein zweites kriege ich hier nicht. Gucken wir mal. Ja, also hier in dem Gebiet auf jeden Fall ist noch eins. Kann auch sein, dass es hier in der Höhle drin gewesen ist. Wie gesagt, ich hatte meinen schon eingesammelt. Ah, simple T-Schale. Seht ihr hier, in dieser Höhle war die drin. Es gibt anscheinend mehrere Spots, weil ich habe woanders eine herbekommen. Aber auf jeden Fall hier habt ihr safe eine. Also überhalb, zwischen diesem See und diesem Gang hier, habt ihr dann so eine Höhle. Und in dieser Höhle ist auf jeden Fall eine simple T-Schale. Also für die Fälschung so gesehen. Einfach hier reingehen und dann hat die hier eben gerade ja drinnen gelegen. Also ganz entspannt. Wie gesagt, es wird mehrere Orte auf der Karte geben, aber ich habe jetzt gerade nur den parat. Ihr braucht ja zum Pokédex-Eintrag eh nur einen. Und wenn ihr weitere haben wollt, nur falls spielt auch ein bisschen, wie gesagt, diesen Modus hier, Ausreibung, da bekommt ihr die auch. So, für die nächsten müssen wir im Immerwald, aber ich mache ganz kurz deinen Cut, dann sehen wir uns gleich. So, und die zweite ist im Immerwald da, wo das Relaxo liegt. Ihr seht, wir haben hier den Immerwald. So, ich mache die Markierung mal weg, weil die ist ja hier. So, ihr seht also prinzipiell oben von dem See kann man runter nach rechts den Flusslauf lang und direkt hier in diese ersten Beuge so gesehen drin. Also hier einmal Flusslauf runter, hier runter und dann seht, dass hier eine Höhle ist, wo ein Relaxo davor schläft. Und wenn ihr in diese Höhle reingeht, dann haben wir hier drin nicht nur ein wildes Glattimperio, echt, what the fuck, noch nie gehabt, dass man die wild sieht. Und irgendwann haben wir hier eine edle Teeschale. Das heißt, die könnt ihr euch ganz entspannt einfach holen und habt dann das für die edle Version, ja, für die bessere und krass Level. 74er Glattimperio, wild, wow, okay, unerwartet. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das hier rumläuft. Und somit habt ihr auch dann die zweite Tasse so gesehen und könnt eure beiden Morchas so gesehen entwickeln, wenn ihr, wie gesagt, beide habt. Und das sind eigentlich, ja, alle Möglichkeiten, um an einen Morcha ranzukommen. Also, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Seid ihr so ein Hunter, der unbedingt dieses Morcha mit dem Stempel haben wollt oder sagt, ihr, nö, ist mir egal. Ich will aber auch das Normale haben und entwickle mir das. Und, ja, nebenbei natürlich kann man auch Morcha an den Orten shiny handen, ganz wichtig. Also an den beiden Spots, wo ich euch gezeigt habe, also jetzt hier unten, hier in dem Stück und auch hier so rüber. Natürlich kann man da Morcha shiny handen, das ist ganz wichtig. Also es ist jetzt nicht so, dass man das nicht shiny handen könnte. Vom Typ ist es ja Pflanze, Geist. Guckt am besten ein bisschen, was da in der Nähe spawnt. Also ich hatte vorhin jetzt noch nicht so viele Geist-Pokémon gesehen, aber es waren auch kaum Pflanzen-Pokémon da. Ja, nur falls einfach das nehmen, was ein bisschen besser funktioniert. Ich habe jetzt gesehen, dass einige Prinzipien mit Geist gehuntet haben. Probiert es ein bisschen aus, was ihr vielleicht besser findet. Oder guckt, was da ein bisschen rumspawnt und wann ihr halt auch hingeht. Also nachts habt ihr tendenziell gefühlt mehr Geist-Pokémon. Da würde ich vielleicht nicht unbedingt mit dem Geist-Sandwich handen, damit ich eher auf das Pflanze-Sandwich gehen. Aber an den beiden Orten könnt ihr auch ganz normal Morcha in shiny handen. So Leute, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich drücke auf jeden Fall den Sammlern die Daumen, dass ihr auch vielleicht sogar eine Shiny-Version mit Stempel bekommt. Weil das ist ja auf jeden Fall wieder so ein super seltenes Shiny. Ich glaube eine 1% Chance, dass es glaube ich einen Stempel hat. Und dann auch nochmal eine Chance auf einen Shiny ist auf jeden Fall. Drücke euch die Daumen, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denne und ciao.